Willkommen zur neuen Ausgabe von mit offenen Karten. Heute geht es um ein Land, von dem Liebhaber wilder und unberührter Natur begeistert sind. Willkommen in Kosovo, einem kleinen von Gebirgen geprägten Land im Zentrum der Balkanhalbinsel, in dem 10 Prozent des Staatsgebiets unter Naturschutz stehen. Kundige Touristen preisen darüber hinaus den kulturellen Reichtum mit 250 serbisch-orthodoxen Klöstern und den Überresten der osmanischen Präsenz, die ebenfalls besichtigt werden können. Sehr viel öfter aber denkt man bei Kosovo eher an graue Städte, wie zum Beispiel Pristina oder auch Mitrovica, mit seiner Brücke, die es im Krieg zu trauriger Berühmtheit gebracht hat, als sich dort Serben und Albaner gegenüberstanden. Zehn Jahre nach der Unabhängigkeit sehen wir uns die Karten des jüngsten Staats in Europa an, der bisher nur von wenigen Staaten anerkannt wird. Er leidet unter Instabilität, Armut und organisiertem Verbrechen und ist als wichtiges Durchgangsland umstritten zwischen Ost und West. Das im Zentrum der Balkanhalbinsel gelegene Kosovo hat keinen Zugang zum Meer. Seine Nachbarländer sind Montenegro und Mazedonien sowie vor allem Serbien im Norden und Albanien im Süden. Mit einer Fläche von 10.880 Quadratkilometern ist das Land etwa so groß wie Korsika. Begrenzt wird es von Gebirgen, weshalb die Mehrheit der Bevölkerung im Zentrum des Landes lebt. Die Kosovaren gehören unterschiedlichen ethnischen Gruppen an. 90% sind muslimische Albaner, 4% gehören Minderheiten an, dazu gehören Bosniaken, Balkanägypter, Roma, Goranen, Türken und Aschkali. Und 6% sind Serben, die vor allem im Norden leben und orthodoxe Christen sind. Die serbische Minderheit fordert ihre Angliederung an Serbien, zu dem Kosovo vor der Auflösung Jugoslawiens gehörte. Sie verwenden weiterhin das kyrillische Alphabet, zahlen in serbischen Dinar und hängen oft serbische Fahnen an die Fenster. Denn seit 1946 war Kosovo eine der autonomen Provinzen innerhalb der Sozialistischen Republik Serbien, ihrerseits eine der sechs Teilrepubliken Jugoslawiens. 1991 erklärten sich Kroatien, Slowenien und Mazedonien für unabhängig und die Kosovo-Albaner führten ihrerseits ein Referendum über ihre Unabhängigkeit durch. Die Lage verschärfte sich ab 1996, als die Befreiungsarmee des Kosovo, die UCK, gegründet wurde. Sie widersetzte sich ab 1998 der jugoslawischen Armee. Trotz massiver Bombenangriffe durch die NATO im März 1999 führte Serbien eine Politik der ethnischen Säuberung durch und 800.000 Albaner flohen in die Nachbarländer. Die Verstärkung der Luftangriffe durch die NATO führte schließlich zur Einstellung der Kämpfe. Ab Juni 1999 wurde Kosovo dann von den Vereinten Nationen verwaltet. Die NATO stellte eine militärische Formation zur Friedenssicherung zusammen, die KFOR. Nun verließen 200.000 Serben und Roma ihre Heimat aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der UCK, die nun an der Macht war. Am 17. Februar 2008 erklärte das kosovarische Parlament einseitig die Unabhängigkeit des Landes und Pristina zu seiner Hauptstadt. Die KFOR blieb im Land, mit Truppeneinheiten aus Frankreich, Italien, Deutschland, der Türkei und den USA. Die EU wiederum entsandte im Rahmen der Mission EULEX Personal nach Pristina, Mitrovica und Prisren. Es soll Kosovos Behörden in Angelegenheiten der Rechtsstaatlichkeit in den Bereichen Polizei, Justiz und Zoll unterstützen. Wie sieht die Lage heute aus, zehn Jahre nach der Ausrufung der Unabhängigkeit? In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Situation widersprüchlich. Das Land verfügt über große Vorkommen an Bodenschätzen. Westlich der Hauptstadt Pristina lagern die weltweit fünf größten Braunkohlevorkommen. In den Treppchaminen lagern große Mengen Blei, Zink und Kupfer. Außerdem verfügt das Land über Vorkommen an Silber, Gold, Nickel, Bauxit und Mangan. Schätzungen der Weltbank zufolge haben diese Rohstoffe einen Gesamtwert von etwa 13 Milliarden Dollar. Trotzdem beträgt das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner lediglich 3660 US-Dollar. Das ist zehnmal so wenig wie der europäische Durchschnittswert. Schätzungen zufolge leben 18 Prozent der Einwohner Kosovos unterhalb der Armutsgrenze. Die Arbeitslosenquote liegt bei 30 Prozent und fast 52 Prozent bei jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Das führte dazu, dass fast 150.000 Kosovaren ihr Land verließen und sich 2014-2015 dem Strom der syrischen Kriegsflüchtlinge anschlossen. Das trug aber auch dazu bei, dass sich 300 junge Kosovaren dazu entschieden, sich der IS-Miliz anzuschließen. Die schlechte wirtschaftliche Lage beruht zum Teil auf der starken Präsenz krimineller Netzwerke. Die albanische Mafia in Kosovo, mit Verbindungen zur russischen, albanischen und italienischen Mafia, nutzt das Land als Drehscheibe für Drogen und Menschenhandel, Prostitution, Organschmuggel, Adoption und Pädophilie. Die mafiösen Strukturen sind seit langem präsent und verstärkten sich in den vergangenen Jahren durch die Nähe zu ehemaligen, nun regierenden Unabhängigkeitskämpfern der UCK, darunter Präsident Tachi. Die Durchdringung von Wirtschaft und Politik konnte die Eulex-Mission nicht eindämmen. 2015 wurde sie sogar bezichtigt, unerlaubt mit kosovarischen Politikern zusammengearbeitet zu haben und ihrem Auftrag nicht gerecht geworden zu sein. Die Enttäuschung über die politische Klasse führte zur Entstehung einer Oppositionsbewegung im Jahr 2004. Diese fordert ein Referendum über eine Vereinigung mit Albanien, die Kosovo einen Zugang zum Meer verschaffen würde. Und seit 2009 führt eine Autobahn von Pristina nach Tirana. Dazu kommt die internationale Stellung Kosovos. Inzwischen erkennen 116 Staaten seine Unabhängigkeit an. Aber dabei handelt es sich vor allem um westliche Länder. Serbien erkennt Kosovo nach wie vor nicht an, genauso wenig wie Russland unter Wladimir Putin. Beide Länder stehen einander in historischer, kultureller und religiöser Hinsicht nahe. Und durch sein Vetorecht im Weltsicherheitsrat verhindert Russland jegliche Möglichkeit einer Normalisierung auf internationaler Ebene. Von den EU-Ländern erkennen Spanien, die Slowakei und Rumänien die Unabhängigkeit Kosovos nicht an. Sie wollen keinen Präzedenzfall für ihre eigenen Minderheiten schaffen. Und Griechenland und Zypern stehen aus Solidarität mit den orthodoxen Christen auf der Seite Serbiens. Einen Beitritt zur Europäischen Union kann sich Kosovo deshalb kaum erhoffen, denn dafür müssten schließlich alle Mitgliedstaaten der EU das Land anerkennen. Die Lage könnte sich allerdings ändern, zunächst einmal aufgrund der Beziehungen Kosovos zu den USA. Diese verfügen dort über einen großen Militärstützpunkt, das Camp Bonsteel, im Süden des Landes. Und sie gehören zu den eifrigsten Verfechtern seiner Unabhängigkeit. Aber auch durch den Einfluss der EU. Denn die Zukunft Kosovos ist eng verbunden mit der Zukunft aller sogenannten Westbalkanstaaten, die nach und nach der EU beitreten. Zwei gehören ihr bereits an. Slowenien seit 2004 und Kroatien seit 2013. Andere sind offizielle Beitrittskandidaten. Montenegro, Mazedonien, Albanien und Serbien. Allerdings wäre eine der Bedingungen für einen EU-Beitritt Serbiens die Aufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen zu Kosovo. Um die Integration zu erleichtern, investierte die EU seit 1997 über 8 Milliarden Euro in zwei Verkehrskorridore. Und sie hatte 2017 einen Anteil von 73 Prozent am Außenhandel der Westbalkanstaaten. Ein weiterer Protagonist könnte die Lage in Kosovo beeinflussen. Und zwar China mit seiner Seidenstraßeninitiative. Als Verbündeter Serbiens erkennt China die Unabhängigkeit Kosovos zwar nicht an, aber es möchte seine Präsenz in den Balkanstaaten ausbauen und investiert, um den Export seiner Waren nach Europa zu erleichtern. 2016 erwarb das Staatsunternehmen China Everbright Limited den Flughafen von Tirana, der Hauptstadt Albaniens. Eine neue Autobahn zwischen Belgrad und der Küstenstadt Bar in Montenegro wird von der China Road & Bridge Corporation gebaut. Und es entsteht eine Eisenbahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest, die später bis nach Athen verlängert werden könnte, über Mazedonien. Auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke könnten Waren vom Athener Hafen Piraeus, bereits chinesisch seit 2010, nach Mitteleuropa befördert werden. Im Rahmen dieser ehrgeizigen Pläne unterstützt China die Beitrittskandidatur Serbiens, denn eine Mitgliedschaft des Landes in der EU würde seinen Handelsinteressen zugutekommen. Aber wie gesagt, müsste Serbien für einen Beitritt zunächst seine Beziehungen zu Kosovo normalisieren. Das kleine Land hat jahrelang unter einem Bürgerkrieg gelitten, leidet unter Armut und Korruption und steht inzwischen an einem Scheideweg. Denn es ist Teil der Seidenstraßeninitiative von Chinas Präsident Xi Jinping und Serbien muss seine Unabhängigkeit anerkennen und diplomatische Beziehungen aufnehmen, wenn es der EU beitreten will. Die Zukunft der Kosovaren wird sich demnach in Belgrad, Brüssel und Beijing entscheiden. Zehn Jahre nach der Unabhängigkeit ist die Abhängigkeit weiterhin groß. Zum heutigen Thema empfehlen wir den Atlas Geopolitique des Balkans, erschienen beim Verlag Autrement, mit mehr als 100 Landkarten und Infografiken zur komplexen Situation der Balkanhalbinsel, die sich seit 1990 im ständigen Wandel befindet. Und den Bildband Kosovo, herausgegeben von Bertrand Coté, erschienen beim Benteli Verlag, mit einer Erzählung von Ismael Kadaché, nominiert für den Deutschen Fotobuchpreis 2014. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017